Es sieht fast so aus, als ob das nichts werden soll mit dem Bullenmarkt. Denn noch gestern hatten wir über eine Situation gesprochen. Ich will sie euch noch mal kurz aufzeichnen, damit ihr euch wieder reinfühlen könnt in die Geschichte. Vorm Tief, alle Werte, die ich euch jetzt sage, hier auf den Future berechnet beim S&P 500. Einige haben sich gewünscht, sagt doch mal die Werte. Ihr müsst das auf den Future Märzkontrakt im Moment sehen. 3.924 im Tiefpunkt, dann anschließend deren Anstieg bis hoch 4.083. Und gestern haben wir noch gesagt, wenn er ungefähr bis zu diesen Bereichen, das ist so halbwegs symmetrisch, es kann ein bisschen tiefer sein, 4.020 irgendwie sowas in der Richtung sieht, dann kann ich mir vorstellen, wenn wir dieses Zwischenhoch reißen, können wir nochmal umgehen. Aber der Kurs ist weiter nach unten gegangen. Also insofern hat sich dieses Bild eigentlich erledigt. Im Gegenteil, es sieht sogar sehr schön aus, nur halt blöderweise in die andere Richtung. Warum sieht es schön aus? Man erahnt es hier so ein bisschen im 5-Minuten-Chart auch, aber bleiben wir im 4-Stunden-Chart. Ich mache den mal groß. Wir hatten eine starke Abwärtsbewegung, wir hatten eine wackelige Aufwärtsbewegung, einen Schub nach unten, wieder eine wackelige Aufwärtsbewegung, nochmal Schub runter. Und da erkennt ihr schon, das sieht schon sehr 5-wellig aus hier in diesem Fall. So, wenn das wirklich ein 5-Fäller ist hier auf der Abwärtsseite, dann ist das, 5-Fäller ist noch, muss ich dazu sagen, überschneidungsfrei. Wir hatten hier eine Korrektur und hier eine Korrektur. Und diese Korrekturen überschneiden sich nicht. Das ist ein gutes Zeichen, dass es eine Haupttrendrichtung ist. Also sprich, dass die Abwärtsseite aktuell die relevantere ist. Das heißt nicht, dass der Kurs wieder drehen kann. Wir hatten das gestern ja besprochen, dass gestern noch das die Haupttrendrichtung ist. Dementsprechend waren wir auf der Überlegung für Long, wenn er korrektiv runterkommt, was er nicht gemacht hat. Schönerweise ist das locker erkennbar. Jetzt haben wir das neue Bild. Wir haben eine Schubbewegung nach unten. Und jetzt ist unsere Erwartungshaltung, dass er irgendwie hier hochkommen sollte wieder. Und dieses Hochkommen, das kann man so halbwegs messen vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Aktuell ist der tiefste Punkt 3.974 in etwa. Dann müsste er in diese blaue Zone reinkommen. In etwa ganz grob gerechnet 4.041, vielleicht ein bisschen höher. Und die untere Seite 4.015, vielleicht ein bisschen niedriger. Das sind die Marken beim Future, die entsprechend ein klassisches Rücksetzerniveau nach diesem Rücksetzer sind. Also 1, 2, 3, 4, 5. Daraufhin der Rücksetzer vom Rücksetzer ist eine Korrektur nach oben in diese Zone rein. Und dann wäre das die nächste Idee für die Short-Seite. Gefällt mir sehr, sehr gut. Den Teil muss er aber machen. Viele sagen immer, ich will das vorher schon wissen. Naja, ich könnte natürlich jetzt schon reingehen. Wenn ich Pech habe, macht er aber nicht das. Sondern macht er wieder sowas. Dann bin ich mit Short halt ganz blöd dran. Das Schöne ist, das ist ja nicht verwechselbar. Ihr seht das ja nochmal. Ich mache es nochmal einmal hier. Wer hier jetzt gesagt hat, Mensch, hier gestern sah das so aus. An der Stelle gehe ich long. Der wusste spätestens, ich kann gar nicht rückwärts laufen hier so weit, weil das Problem ist, ist ja hier mehr oder weniger in einem nach unten gelaufen. Der wusste, ja okay, das wird nichts mehr. Er hätte hier dann drehen müssen, damit es so eine halbwegs dreiwillige Bewegung ist. Oder er hätte von mir aus auch noch sowas machen können. Ja, aber auch das ist nicht verwechselbar mit der Geschichte. Also ihr seht schon, wenn man ein bisschen das Auge dafür entwickelt, wie eine Korrektur aussieht, eben dreiwillig oder mit Kursüberschneidung, ist es eigentlich relativ klar abgrenzbar. Meine Zusammenfassung der aktuellen Situation ist, meine Erwartungshaltung wäre, dass wir in Bälde, nicht zwingend jetzt sofort, aber in Bälde in diese Aufwärtskiste, die ich eben genannt habe, reinlaufen. Wir können das Gleiche beim Nasdaq nochmal eben sehen. Ihr seht, das Bild ist nahezu identisch, allerdings die interne Struktur ein bisschen verworren. Ihr seht das hier mit diesem kleinen Ausreißer hier. Bleiben wir aber mal der Einfachheit halber bei diesem Bild. Ich würde mich dazu hinreißen lassen, wenn er ausgehend vom Hoch bei, das ist Nasdaq 100 Future, 12.490, nicht die genauen Nachkommastellen oder 9.87, aber ihr werdet das schon finden. Tiefpunkt aktuell zumindest, mal liegt ungefähr 12.109 in etwa. Und die Kiste, die blaue Kiste, die ich sage, sind einfach die Fibonacci-Marken. Eigentlich will ich die gar nicht so sehr anzeichnen, weil ich weiß, viele arbeiten mit dem CFD, andere haben aber Produkte, die auf dem Index sind. Ja, welche habt ihr denn jetzt? Dann stimmen die Marken natürlich nicht, das müsst ihr wissen. Aber wenn ihr euren eigenen Chart aufmacht, messt ihr vom höchsten zum tiefsten Punkt Fibonacci und dann habt ihr die 61er-Marke, macht so ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Für den Future ist 12.341, 42, 43, vielleicht auch noch 50, irgendwie was. Und die Unterseite ungefähr 12.240. Da ist so ungefähr die Zone. Ich möchte aber nicht, dass er so hinläuft, denn das wiederum sieht ja nicht so sehr korrektiv aus, sondern je mehr es so aussieht, desto eher weiß ich, das ist nicht vergleichbar mit dieser Geschwindigkeit. Und dementsprechend wäre das aber ein schönes Short-Szenario, um da am Zwischentief, das kann ich euch noch nicht nennen, weil ich weiß ja nicht, ob so die Bewegung aussieht oder ob sie so aussieht. Jetzt habe ich die natürlich genauso gezeigt, dass es auch passt, aber das weiß ich noch nicht. Aber dieses Zwischentief oder wenn es eben mehrfach wackelt in diesem Trendkanal hier, dann immer die letzte dieser Tiefmarken, letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen, wäre ein Trigger in der Erwartungshaltung, dass sich das nach unten nochmal fortsetzt. Also ihr seht schon, aufwärts erwarte ich aktuell bei den Indizes in Amerika eine Korrektur. Wenn ihr die Intraday handeln wollt, okay, sprich nichts dagegen, dann müsst ihr aber auf der kleinen Ebene gucken. Ich muss sagen, im 5-Minuten-Chart gefällt mir das nicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum gefällt dem Feind der das jetzt wieder nicht, der ist immer wieder Mimose, naja, guckt euch doch die Bewegung an. Ich gehe mal auf Minute, damit ihr es noch deutlicher seht. Tiefster Punkt, komm, zeig es uns. Da haben wir es doch. Tiefster Punkt hier. Und dann ging es hier, das war noch einigermaßen schön, Anstieg, Korrektiv, runter und nochmal Anstieg. Dann haben wir hier eine Korrektur, dann zack, dann hier wieder eine Korrektur, okay, dann zack und jetzt hier wieder eine Korrektur. Ihr seht, das überschneidet doch. Selbst diese und diese sind ähnlich groß. Die überschneiden sich. Der ist tiefer als das. Das ist genau nicht das, was wir haben wollen. Denn, ihr erinnert euch, eine starke Bewegung ist das, wo die Pausen sich nicht überschneiden. Also ihr seht schon, aufwärts, ich bin noch nicht so richtig begeistert von der aktuellen Aufwärtsbewegung. Im Kleinen kann man allerdings auch immer wieder, ich will euch jetzt nicht zum Minutenhandel verführen, aber nur, dass ihr dieses Prinzip versteht, auch dort seht ihr, wenn ihr irgendwo eine starke Bewegung, eine schwache Abwärtskorrektur eben habt, ja, dann ist das wohl die Fortsetzung nochmal nach oben. Ja, also insofern, das kann man hier natürlich analog anwenden. Analog ist das richtige Thema. Das ist nämlich das gleiche beim Dow Jones aktuell, der Dow Jones Future. Ebenfalls hier, zack, hier eine Pause gemacht, zack, hier eine Pause gemacht und nochmal runter. Und wenn wir das ein bisschen zur Seite ziehen, aha, Korrekturen überschneiden sich gar nicht. Das ist ein perfektes Abwärtsimpulsmuster. Was wir jetzt brauchen, zeichne ich wieder im 4-Stunden-Chart für euch. Ihr messt vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Dann guckt ihr, wo eure Fibo-Marken liegen. 38.20 liegt bei mir, das ist der Dow Future März-Kontrakt aktuell, 33.0100, sagen wir 60 oder 55, 50 wahrscheinlich auch noch. Und die Oberseite vielleicht 33.280 in etwa. Also ihr seht, ich habe ein bisschen oben und unten immer dazu addiert. Die, die jetzt am Handy gucken, die konnten es nicht sehen, dafür nenne ich die Marken, damit ihr so eine grobe Idee habt. Aber meine Einladung ist, zeichnet das selber für die Kontrakte, die ihr dann auch tatsächlich analysieren wollt. Denn das kann durchaus abweichen, wenn ihr irgendwelche CFD-Broker habt, die komplett andere Werte da verwenden und anders diskontieren oder schon Rollover gemacht haben und so weiter und so fort. Deshalb guckt das auf eurem Chart. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Nämlich in diese Kiste, gemessen vom höchsten zum tiefsten Punkt, an diesen Fibus orientiert, hier korrektiv rein, bietet mir die nächste Short-Gelegenheit. Und wer jetzt fragt, ja, aber ich will doch jetzt wissen, was ich tue, im 4-Stunden-Chart, warte ich auf das. Und wenn er das nicht macht, dann mache ich nichts. Dann warte ich auf den nächsten Trade, der dann mir hier irgendwie sowas dann vielleicht macht. Keine Ahnung. Oder von mir aus, der dann sowas macht. So, und wenn ihr jetzt sagt, aber 4 Stunden, das ist ein bisschen undankbar, wenn ich dann so lange warten muss, richtig, dann geht ihr auf die kleineren Ebenen und guckt auf der Zeitebene, die für euch noch passend ist. Und dann seht ihr hier im 5-Minuten-Chart ist das noch Geholze. Das ist wie auf dem Bolzplatz, wo ohne Schienbeinschützer hier wie wild reingegrätscht wird. Da sind beide Seiten nicht gewillt, irgendwie was Vernünftiges mitzumachen. Ja, dann machen wir die Schlammpartie, lassen wir jetzt erstmal da auf sich wirken, sollen sich die anderen blutige Schienbeine holen. Das ist nichts, wo wir jetzt einen Trade entsprechend platzieren müssen. Insgesamt übrigens, ihr seht das noch, mein Knubbel hier, 32.000. Würde mich nicht wundern, wenn wir den auch nochmal ein bisschen tiefer sogar sehen, aber irgendwie sowas in der Richtung. Also da sind noch viele, viele 100 Punkte. Auf jeden Fall machbar realistisch allemal. Ja, und der DAX? Beim DAX haben wir, das ist jetzt der Index, den ich jetzt hier habe. Beim DAX haben wir eigentlich eine ganz gute Situation gehabt, bis eben gerade noch. Warum? Denn da hatten wir eine starke Abwärtsbewegung und eine schöne korrektive Aufwärtsbewegung. Allerdings nirgends getriggert, ihr seht das. Und theoretisch wäre jetzt, das ist mein letztes Hoch, vorletzter Hoch, das ist mein Short Trigger. Jetzt müssen wir aber eine Sache noch beachten. Nämlich sind wir in der blauen Kiste so halbwegs. Und dann sehen wir, blaue Kiste, sind wir schon drüber hinaus. Ich sehe aber gerade, noch ist es okay für mich. Wir sind noch nicht über der 78,6er Marke. Die liegt beim DAX bei, ich mach's nochmal groß, die liegt beim DAX bei 15.667,5, so ungefähr. Also wenn er die durchsteigt, also das müsst ihr nicht jetzt millimetergenau gucken, so genau wird da nicht gearbeitet. Aber je mehr wir die überschreiten, desto weniger typisch ist das. Das heißt, dann will ich natürlich nicht mehr einsteigen. Noch dazu ist von hier bis zu meinem Einstiegspunkt, das ist ganz schön weit entfernt. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Meine Zielerwartung ist ja zunächst erstmal, dass die erste Welle, ist es die erste? Jawohl, der Kurs kam von unten. Dass diese erste Welle sich nochmal nach unten wiederholt. Und wenn ich hier reinkomme, aber mein Mindestziel vielleicht schon hier liegt, dann ist nur das meine Gewinnseite. Aber meine Verlustseite im schlimmsten Fall so, also ungefähr 1 zu 1, das lohnt sich häufig nicht so sehr. Also das ist auch ein Grund, warum ich die 78er Marke, wenn er die erreicht oder wenn er darauf zugeht, meistens ist das nicht mehr lukrativ. Trotzdem ist meiner Meinung nach die Abwärtsseite die richtige, sollte er das letzte Zwischentief hier nochmal durchstoßen. Das Tief, was wir hier haben, liegt circa 15.500, knapp 80, 78 irgendwie was. Das war am heutigen, was haben wir heute Mittwoch, um 16 Uhr. An der Stelle war das Tief, also wenn wir die durchstoßen, das wäre so eine Art Triggermarke hier für die Abwärtsseite. Allerdings lohnt da der Trade nicht so richtig, weil das CRV nicht stimmt. Da wäre es dann sinnvoll, auf den kürzeren Markt dann einzugehen, zum Beispiel auf den DAX Future. Ob er, nicht hier auf Tagesbasis, ob er hier intramäßig hier irgendwie eine Bewegung macht, die vielleicht dann so aussieht, dann kann man wieder sagen, okay, da gehe ich mal auf die Shortseite. Also solltet ihr das sehen, in 5 Minuten, 15 Minuten Handel irgendwie, dann geht das. Solange er irgendwie fünffällig hoch geht und wackelig auf der Abwärts, ist Aufwärts immer die bessere Seite als die Abwärtsseite. Ja, soweit die Überlegungen dazu. Ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Zumindest mal zeichnen sich in der nächsten Zeit neue Trades ab mit dieser Idee. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr sie rechtzeitig umsetzen könnt, dass ihr es nach eurem Gusto und nach eurem Risikoprofil gestalten könnt. Dafür drücke ich euch die Daumen, sage alles Gute und liebe Grüße.